Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rikki auf Reisen. Heute bin ich im schönen Kufstein unterwegs und ich bin von Bayern aus, also von meiner Heimatstadt München, mit dem Bayern-Ticket hierher gefahren, obwohl das ja schon in Tirol liegt. Das ist aber super an der Grenze, also das heißt quasi eine Station nach der Grenze von Bayern. Und damit kann man auch mit dem Bayern-Ticket hierher fahren. Und ich freue mich jetzt schon richtig auf die Stadt, weil ich glaube, die ziemlich schön ist. Und dann gucken wir uns jetzt gemeinsam an, was es hier alles so gibt. Vom Kufsteiner Bahnhof aus geht man über die Brücke, über den Inn. Das Wahrzeichen der Stadt ist wohl die Festung Kufstein, auf die man sowohl hochfahren als auch hier. Die gefallen mir sehr gut. Ich sehe darin übrigens Feuerwasser, Erde und Luft. Und ich glaube, ihr alle kennt das fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner. Die Verfilmung zu dem Buch wurde 1953 hier in Kufstein gedreht.